17. Januar heute. Ich habe mir gedacht ich nehme mal mit ins Dusika und ich glaube es stehen Sprints und weiter planen. Das machen wir jetzt. Aber jetzt fangen wir jetzt gut. Ich glaube es ist schwer das Tempo mitzunehmen. Aber jetzt kommen noch ein paar Stars. Und ich hoffe die gehen auch so gut. Das war es für heute. Ich hoffe es war interessant. Bis zum nächsten Mal. Outro